Musik Gut, dann fange ich an und wie gesagt, ihr könnt gerne einhaken, macht Zeichen, sagt, fragt, widersprecht und wenn ihr nichts sagt, rede ich halt einfach weiter. Genau, ich hatte es eben ja schon angedeutet, dass Religionskritik einfach unter anderen Bedingungen stattfindet als im 18. Jahrhundert, wo es die ersten öffentlichen atheistischen Kampfschriften der französischen Materialisten zum Beispiel gab und wie sehr sich die Bedingungen verändert haben, denke ich, kann man zum Beispiel am Imageverlust der katholischen Kirche ablesen. Dass die im letzten Jahr über Kindesmissbrauchs- und Kindesmisshandlungsskandale einigermaßen zertrümmert am Boden lag, was sozusagen das öffentliche Standing angeht, wirft ja die Frage auf, soll man sich da als Kommunist, Kommunistin drüber freuen oder ist da auch ein Moment von Unbehagen bei, wenn sich plötzlich alle darauf einigen, dass diese Katholischen ja nun wirklich gar nicht gehen und wer im Zölibat lebt, auf jeden Fall ein Kinderschänder sein muss. Genauso wie ja schon Jahre zuvor nach dem ersten großen Hype von Wir sind Papst, der großen Bild-Zeitung-Schlagzeile, sich ziemlich schnell herausstellte, dass der Herr Ratzinger als Papst seinem Vorgänger Voitula in Sachen sein Charisma und Popstar-Status nicht das Wasser wird reichen können, sondern eher, das ist einer größeren Kampagne von Spiegel und so weiter auch deutlich gezeigt worden, als Bücherwurm und Intellektueller eher negativ auffällt, wo dann absurderweise, die ja tatsächlich ziemlichen Ausfälle dieses Papstes, also die Rehabilitierung der Pius-Bruderschaft und Geschwätz über die Indios, die die Katholisierung oder die Christianisierung unbewusst herbeigesehnt hätten, gerade nicht als Aufklärungs- und Vernunftverrat begriffen wurde, sondern als weltfremde Hervorbringung eines dessen, der sozusagen zu wenig an die frische Luft geht und zu viel seine Nase in die Bücher steckt und zu dogmatisch auf seinen Wahrheitsansprüchen beharrt. Gleichzeitig sieht man wiederum auch, während die katholische Kirche wirklich eine ziemlich schlechte Presse hat, geht das nicht für Glauben, Spiritismus und andere Spintisiererei überhaupt, denn während alle Welt ja auf der katholischen Kirche rumgeritten ist und jeder nochmal irgendwie sagen durfte, so geht es wirklich nicht, hatte man gleichzeitig, hatten die Evangelien mit ihrer Margot Kessmann, als sie besoffen Auto gefahren ist, einen ziemlichen Imagegewinn, weil Frau Kessmann dann, als sie dann zurückgetreten ist, ja gleich so viel Glaubwürdigkeit bewiesen hat und von allen Seiten in die Herzen geschlossen wurde. Noch vielmehr, sagen wir, ein fast sakrales Verhältnis, was die Unantastbarkeit religiöser Gefühle betrifft, ist stets dann zu verzeichnen, wenn es um den Islam geht, nämlich in dem Sinne, dass es ja weitgehend verständlich zu sein scheint für viele Leute, wenn sich muslimische Gläubige über Mohammed-Karikaturen und ähnliches beleidigt zeigen und dafür dann auch mal ein bisschen angedrehte Riots fahren. Als Theo van Gogh von einem islamistischen Attentäter abgestochen wurde, aus Rache für seine Beteiligung an, wie hieß der Film noch, den er mit Hirsi Ali zusammen gemacht hat, Submission, also wegen seinem Drehbuch oder seiner Umsetzung von Submission von einem Islamisten abgestochen wurde, gab es zwar in Holland ja einerseits Demonstrationen und auch Angriffe auf Moscheen, andererseits aber eben von dem Justizminister der Niederlande, also eines der säkularisiertesten und tolerantesten Länder der Welt, den Vorschlag, den Blasphemieparagrafen doch wieder ins Strafgesetzbuch einzuführen. Und auch in Deutschland sind seit nach Jahren des Brachliegen, dieses schon fast vergessen Paragrafen, erstmals ja wieder Leute verurteilt worden wegen Verunglimpfung des Islam. Sowas ähnliches konnte man übrigens schon, konnte man schon vor 20 Jahren, als es die Fatwa von Ayatollah Khomeini gegen Salman Rushdie gab, nachzeichnen, wo eben sich gerade religiöse Würdenträger, aber auch weltliche Politiker nicht auf Seiten Rushdies gestellt haben, sondern sehr gut verstehen konnte, dass sich Gläubige von Rushdies satanischen Versen angegriffen fühlen. Das heißt, im Prinzip das paradoxe Verhältnis, dass einerseits Religionen entmachtet werden, dass das, was mal Herr über Kaiser und Könige war, herabgesunken ist zum Institut für Seelenhygiene und Folklorebetreiber, andererseits trotzdem spektakulär fortwähst und zwar genau in diesem Verhältnis von es ist ja gut, wenn Menschen überhaupt an etwas glauben und dieses Glauben selber, sagen wir, die sakrale Aura übernommen hat, das, was man nicht antasten darf, was früher die Institutionen hatte. Mit ihrem Sturz, hatte ich geschrieben, konnten sich eben die Kirchen, auch die christlichen Kirchen, insoweit gut arrangieren, als sie eben, als gerade ihre spektakuläreren kulturindustriellen Events wie Kirchentage, die nach Woodstock-Format aufgebaut sind, Motorradgottesdienste und hysterische, evangelikale Veranstaltungen, wo die Leute ihren Zweifel in Mengen überschreien können, dass gerade also diese Arten von Events geradezu einen Boom haben, in den USA natürlich bekannt, wo inzwischen mehr Christen den fundamentalistischen Sekten wie den Reborn Christians und so weiter anhängen, als den sogenannten liberalen oder gemäßigten Amtskirchen. Aber auch eben, während man hierzulande einerseits ja gerne über die religiös verblendeten, puritanischen, verklemmten Amis spottet, man genauso diese sozusagen Veriventisierung des Glaubens beobachten kann, während man also selber, während also in Deutschland und Europa, man frischprompfröhlich frei mit Friedenskitsch, mit Klampfenromantik auf Friedensdemos zieht mit den aufgeklärten Pfaffen oder eben gleich, was weiß ich, die schäublische Islamkonferenzen bestückt. Also es eigentlich wenig Grund gibt, sich hier über amerikanischen Glauben zu ereifern. Dass hierzulande seine alte antiklerikale Forderungen am wenigsten von allen europäischen Ländern umgesetzt worden sind, dass zum Beispiel der Staat immer noch die Kirchensteuer einzieht, die Kirchen einen Löwenanteil der sozialen Dienste verwalten dürfen und in jedem Rundfunkrat und sonst was mitzureden haben, das sei natürlich nur am Rande erwähnt. Was aber ein bisschen der Unterschied vielleicht, da müsste man diskutieren, von hiesigen, also europäisch-deutschen Glaubensbooms zu ihren amerikanischen Kontraparts wäre, wäre dieses noch sehr viel abstraktere Verständnis für das Irrationale, also die Bereitschaft, den Glauben an sich, egal woran, für etwas Gutes, Wichtiges und Richtiges zu halten, die sich zum Beispiel in sowas äußert, wie das eine hessische Kultusministerin fordern durfte, dass auch Kreationismus, also die Lehre, dass nicht die Evolution, sondern Gott oder irgendein Intelligent Design die Menschheit hervorgebracht hat, an den Schulen gelehrt werden sollte und zwar nicht, weil sie das irgendwie für die wahre Version der Ereignisse hielt, sondern weil es ja wichtig sei, eben alle Sichtweisen kennenzulernen und auch dieser verbohrte Aufklärungsfundamentalismus sich jetzt nicht so dogmatisch breit machen darf. Und das Interessante ist eben, dass diese Frau nicht ausgelacht wurde, sondern dass alle auch wirklich ganz wichtig fanden, dass man jetzt mal offen und ohne Scheuklappen da rangeht und dass Wissenschaft natürlich genauso dogmatisch und verbohrt und fundamentalistisch sein kann wie Glauben. Ja, dieses Verhältnis, also dieses merkwürdige Verhältnis von einerseits öffentlicher Entmachtung bei gleichzeitigem privatem Boom findet sich im Prinzip schon in Marx-Schriften analysiert. Von Marx stammt ja der berühmte Satz, dass die Kritik der Religion Voraussetzung aller Kritik sei und zwar eben Voraussetzung in dem doppelten Sinne, dass einerseits natürlich die religiöse Verklärung des Ist-Zustandes, dass damit die Kritik beginnen muss, andererseits aber eben auch Voraussetzung in dem Sinne, dass es dabei nicht stehen bleiben muss, sondern dass Marx zu seiner Zeit eigentlich schon davon ausgehen konnte, dass die Kritik der Religion weitgehend geleistet ist, also von den erwähnten französischen Materialisten und dann natürlich von Feuerbach. Dass also die religiöse Verklärung des Ist-Zustandes, des Elends, etwas ist, was von den Verhältnissen selber schon überwunden wurde oder ein Begriff war, überwunden zu werden. Gleichzeitig hat aber auch Marx festgestellt, und zwar in seiner Schrift zur Judenfrage, dass gerade in dem Land, in dem sozusagen die bürgerliche Gesellschaft mit seiner Entmachtung dieser quasi noch mittelalterlichen religiösen Institute am weitesten fortgeschritten ist, also in den USA, dass gerade das das Land ist, in dem das Christentum sich in diversen Sektengestalten bester Gesundheit erfreute. Und sagte, Marx analysiert dann eben, dass genau dieser Zustand, eben der der bürgerlichen Gesellschaft angemessene Zustand der Religion ist, also die Zersplitterung in diverse Sekten, wo man sich sozusagen auf dem Markt des Glaubens aussuchen darf, was will ich, was möchte ich haben, Methodisten, Presbyterianer, Baptisten und wie sie alle heißen, und wo gleichzeitig aber die Tatsache, dass die Entmachtung, die Privatisierung Gottes nicht einfach zum Verschwinden führt, sondern im Gegenteil zu einem, zu genau diesem Ausdruck von Privatexistenz wird, also dem hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, in meiner Kirche, gerade Ausdruck eben der unvollkommenen Emanzipation des Menschen in der wirklichen Gesellschaft ist. Das nämlich eben der aus allen Banden, natürlichen Banden und eben auch religiösen Banden herausgehobene Staatsbürger, also das abstraktfreie und gleiche Individuum, eben tatsächlich nur im staatlichen Sinne als Idealgestalt lebt, während der Privatisierte sich gerade diese Religion, also während gerade das wirkliche Individuum, sagen weiter, das private Individuum, das konkrete Individuum, diese religiöse Verklärung braucht, um seine Privatsphäre, um sein Privatdasein, um sein besonderes Dasein zu heiligen und er also gerade dort, wo er sich selbst am nächsten ist, in der Entfremdung am stärksten befangen ist. Die Religion, heißt es also bei Marx, gilt uns nicht mehr als der Grund, sondern nur noch als das Phänomen der weltlichen Beschränktheit. Sie ist nur noch das abstrakte Bekenntnis der besonderen Verkehrtheit, der Privatschrulle, der Willkür. Ich denke, diese Formulierung mit der Privatschrulle und der Willkür, also eben genau die Bereitschaft, sich sozusagen sich im Privaten schrullig aufzuführen und einen Glauben zu pflegen, der gerade keine öffentliche, gesellschaftliche Substanz mehr hat, das ist eigentlich das, was Religion nach ihrem Sturz auszeichnet. Willkür ist hier tatsächlich sehr wörtlich zu nehmen. eine Religion, die, wie das dann ja immer so heißt, ich brauche, die mir gut tut, also das, was man vielleicht Wellness- oder Feel-Good-Religion nennen könnte, das ist gerade die entmachtete, depravierte, um ihren objektiven Sinn gebrachte Religion und zwar einfach schon genau deswegen, weil Gott darin eine abhängige Variable des subjektiven Bedürfnisses wird. Also gerade sich dadurch legitimieren soll, nicht mehr ich, ich muss, ich muss meinen Schöpfer heiligen, ich muss tun, was mein Schöpfer will, sondern ganz umgekehrt, der Schöpfer, ich brauche den Schöpfer, weil er mir gut tut und Gott ist gerade dazu gut, mir ein, mir sozusagen schöne Stunden zu machen, wenn ich gerade, wenn es mal besonders sinnlich, besonders empfindsam, besonders privat zu gehen soll. In dem Sinne ist das natürlich auch ein ziemlich paradoxes Projekt, all das, was Leute ja suchen, wenn sie, was weiß ich, zu Weihnachten in die Messe gehen oder wenn sie, das sind ja immer dann die beliebtesten Situationen bei Krankheit und Tod dann irgendwie zu Gott finden und beten und ihnen das ein bisschen gut tut. Was sie da suchen, ist ja gerade eigentlich eine Stütze, die die stärker ist als sie ein Garanten der Objektivität, einer, der sie also halten kann. Was sie aber gleichzeitig damit tun, indem sie eben sagen, indem sie das abhängig machen von ihrem Befinden, von ihrem momentanen Bedürfnis, ist gerade dieses Objektive eben zu einem Moment ihres eigenen Seelenhaushalts herabzusetzen, also gerade das zu negieren, was sie suchen und das führt natürlich dann zu größeren Problemen. Man kann in dieser Depravierung der Religion, also dieser Privatisierung zu einer Befindlichkeitsstütze auch sehr gut nachzeichnen, was eigentlich der Unterschied ist zu Religion, wie sie noch im Mittelalter oder der frühen Neuzeit herrschte. Während heutzutage Religion, Glauben, ja gerade mit Gefühl verbunden wird, mit dem Irrationalen, was Menschen irgendwie neben und außer und jenseits der Vernunft auch noch brauchen, weil es ja so viel gibt zwischen Himmel und Erde und so weiter, was also gerade in diesem Bereich des subjektiven Meins, Empfindens und so weiter eingesperrt wird, das war ja in vorbürgerlichen Zeiten genau umgekehrt, geradezu eine Frage der Vernunft und es gibt eine sehr schöne Studie von, ich kann Ihren Namen nochmal nachschlagen, in was in Kambus-Kalach erschienen, der nachspricht, es ist kein Gott über Glaubenszweifel und Unglauben im Mittelalter, wo die Autorin beschreibt, dass wenn es im Mittelalter Leute irgendwie die Erfahrung machten, dass sie nicht an Gott glauben können oder dass Gott für sie nicht existiert oder dass sie sich jedenfalls nicht sicher sein können, dass das eine für die Leute eben eine schwer traumatische Erfahrung war und gerade kein entlastendes versichern der eigenen Vernunft, sondern eher das, was man vielleicht heute eine Depression nennen würde, also ein Verlust des Weltbezuges, dass aber vor allem eben in der Außenperspektive die Ungläubigen, also die Glaubenszweifel, Glaubensprobleme hatten, als Narren und gefühlige Sonderlinge galten, weswegen auch in der damaligen Zeit vor allen Dingen Frauen als anfällig für Glaubenszweifel galten, weil die ja so viel weniger vernünftig sind als Männer. Also, dass Religion im Mittelalter gerade eine Frage der Vernunft war und Leute, die zu gefühlig waren, zu wenig vernünftig eben als besonders anfällig für Glaubenszweifel galten und die Umkehrung in der bürgerlichen Gesellschaft ist ja sehr offensichtlich, wo wiederum Frauen zugeschrieben wird, besonders stärker emotional, stärker gefühlig zu sein, aber gerade deswegen ja heute als dann eher offen für Glaubensfragen gelten. Also eine genaue Umkehrung zu dem, wie es eben in vorbürgerlichen Zeiten war. Wie gesagt, ihr dürft gerne dazwischenreden, Fragen stellen, ich sag's nochmal. Der Widerspruch, der in dieser, in dem willkürlichen Verhältnis zur Religion angelegt ist, also, dass ich Religion nutze als für die weihvolle Stimmung, für besondere Stunden, für die temporäre Sinnstiftung in Sachen Liebe, also doch nochmal kirchlich heiraten, auch wenn man sonst gehen geht, in Sachen Krankheit und Tod, in Sachen Geburt, dass man also die Religion, die Wellness Religion nutzt, um die Seele baumeln zu lassen, während man sich dadurch genau um das Objektive, das Stützende bringt, was man daran eigentlich sucht, lässt sich insoweit auflösen oder immer wieder exorzieren zumindest, dass diese Willkür genau dann in Anschlag gebracht wird, genutzt wird, wenn jemand dieses intimisierte, privatisierte Verhältnis zur Religion anzutasten droht. Gerade in der Wellness Religion, also die mir doch nur gut tut, wo es also eine ganz besondere Beleidigung ist, wenn mir das jemand nehmen will, wenn das doch nur meine Privatsache ist, die niemand anderen was angeht, gerade darin liegt eben das Versprechen von Religion, von postmodernisierter Religion quasi auf das, was Tinan Malek, super Autor, das Menschenrecht auf Beleidigt Sein nennt. Das heißt, also während Blasphemie in vorbürgerlichen Zeiten tatsächlich als Angriff gegen Gott wahrgenommen wurde, wo die Menschen nur stellvertretend für Gott gestraft haben, während das dann später in absolutistischen Zeiten als Angriff auf den Staat galt und die Staatsreligion, das heißt als subversive Zerrüttung des Gemeinwesens, wo deswegen der Staat das Recht hat zu strafen, gilt Blasphemie heute in den entsprechenden Gesetzes, Vorstellungen und Diskursen als Angriff auf individuelle Identität, also auf genau das Private, so bin ich, so will ich sein, was niemanden was angeht, ich bin ich und da hat niemand was reinzureden. Das ist natürlich wiederum am stärksten zu sehen in diesen Debatten um den Islam, wo eben gesagt wird, das ist gerade, wie funktionieren denn immer solche Sachen, also das ist deren Identität und das muss man denen auch lassen und das ist doch auch toll, wenn die noch so glauben können, was wir gar nicht mehr können und so weiter, wo also niemand mehr sich in irgendeiner Form interessiert dafür, ob das einen Wahrheitsanspruch gibt oder ob das überhaupt in irgendeiner Form nachvollziehbar ist, sondern dass es einfach reicht, dass es zur Identität von Menschen gehört, um das sozusagen strafbewehren oder zumindest irgendwie dissen zu können, wenn jemand da kritisch vorgeht. Aber ich denke, man kann auch mit irgendwelchen Christen, die man mal anspricht, auf ihre Identität ähnliche Erfahrungen machen. Gerade als diese Identitätsstütze, die sozusagen tautologisch sich selber rechtfertigt, mein Glauben ist mein Glauben und deswegen ist er gut, weil er mein Glauben ist, gerade als diese depravierte, um jeden Inhalt gebrachte Religion, ist sie eben die, die an ihre Gläubigen auch keine Ansprüche objektiver Natur mehr stellt. Wer heute sagt, ich bin, ich glaube, muss dafür keine Psalmen mehr auswendig können, er muss sich nicht mit dem Tücken der Trinitätslehre umschlagen, er muss keine talmudischen Debatten nachvollziehen können, er muss keine jahrzehntelang in Askese leben oder sonst was, sondern er oder sie muss einfach nur wissen, wo der Feind steht. Und der Feind, das ist natürlich einerseits der Atheist, der Vernünftige, der Spötter, aber eben auch die Homosexuellen, die selbstbewussten Frauen, die, je nach Perspektive, Juden und Kreuzfahrer, wer auch immer. Gerade also die entkernte Religion, die den Menschen nichts abverlangt, ihren Wahrheitsanspruch eigentlich schon längst negiert hat, gerade diese entkernte Religion, die nur noch in Menschenrecht auf beleidigt sein und der entsprechenden Feinderklärung besteht, ist eben die Autorität sans phrase. Gerade weil es also in ihr um nichts mehr im eigentlichen Sinne geht, um nichts, was irgendwie für Menschen tatsächlich von Bedeutung wäre. Gerade also, weil ob nun irgendwie Ghetto-Bewohner oder nahöstliche Tagelöhner sich statt irgendwie um Brot und Jobs und gesellschaftliche Teilhabe bemühen, sich lieber dafür streiten, dass es keinen vorjährlichen Geschlechtsverkehr gibt. Also gerade dadurch, dass es in diesen ganzen religiösen Kampagnen wir in USA in einem Land ohne vernünftige Krankenversicherung ist das wichtigste Thema, weil Wahlen dürfen Schwule heiraten oder Lesben dürfen, muss an den Schulen Kreationismus gelernt werden oder so. Also gerade dieses total Absurde, dieses total von jeder Lebenswirklichkeit abgezogene macht aus, dass Glauben quasi die genuine Absage an Vernunft und Freiheit ist, die sie eben in Zeiten von gesellschaftlicher Substantialität so eindeutig nie war. Wenn Marx also sagen konnte über Religion, dass sie der Säufzer der bedrängten Kreatur ist, Ausdruck des wirklichen Elends und Protestation gegen das wirkliche Elend, dann kann man davon heute schwerlich reden, sondern muss tatsächlich eher vom Rülpser der Verachtung für Lüx, Kolben und Volupte sprechen, vom Ausdruck einer allgemeinen Hoffnungslosigkeit in dem Sinne, dass das, was man in der Religion sucht, eben nicht mehr der Funken des Besseren ist, ein Ausblick auf ein schönes Jenseits, sondern die Verewigung eines höllischen Diesseits. Hoffnungslosigkeit also genau das, was der Religion einmal als Todsünde galt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, mit dem, wie das Elend wahrgenommen werden kann. In Zeiten, also, wo Elend so naturnotwendig war wie der Tod selbst, wo es also nicht anders vorstellbar war, als das gutes oder schlechtes Leben an Wetterbedingungen, also an guter oder schlechter Ernte hängt, mag man sich wirklich ein besseres Leben vielleicht nicht auf dieser Welt, sondern nur in einem Jenseits vorstellen können, hat diese Vorstellung eine gewisse Substanz. Wo heute aber Elend so eindeutig gesellschaftlich vermittelt ist, wo also die Bedingungen da wären, dieses Elend abzuschaffen, wo die Menschen eben nicht mehr der Ersten, sondern der Zweiten Natur ausgeliefert sind, ändert sich dieser Blick. Weil Elend eben so wenig Natur notwendig erscheint es eben umgekehrt eigentlich als bösartige Tücke eines Schöpfers eine elende Welt einzurichten, in der es so etwas gibt wie Auschwitz. Weswegen die Vorstellung auf ein Jenseits, wo man seinem Schöpfer gegenüber tritt, gerade keine Hoffnungsschimmer mehr ist, sondern im Gegenteil eigentlich eine ziemlich erschreckende Vorstellung, welchen bösartigen, sadistischen alten Mann werde ich da eigentlich gegenüberstehen. Und dagegen hilft es auch nicht, den Gott selbst immer weiter zu humanisieren, also diese ganzen den zornigen alten Mann des Alten Testamentes immer netter und freundlicher zu gestalten und zum Beispiel wie die Evangelien es tun, einfach mal die Hölle abzuschaffen. Denn die Vorstellung, die Vorstellung, dass alle in den Himmel kommen und niemand mehr in die Hölle, hat ja auch was sehr Deprimierendes, wenn ich also das Paradies mit meinem Chef und dem Sozialbearbeiter vom Arbeitsamt und sowas teilen muss. Hölle hat ja neben dem großen Schrecken auch was sehr Befriedigendes in der Vorstellung, dass Gerechtigkeit, wenn nicht auf dieser dann doch wenigstens in der nächsten Welt herrscht und das wird damit natürlich mitkassiert. Weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind, weil also die Religion als Privatisierte, als Depravierte eben dieses Willkürliche ist, an das man eigentlich gar nicht mehr richtig glauben kann, weil es gar keine Substanz hat zum Glauben, wäre es auch ein Irrtum. Würde man glauben, dass die Gläubigen einfach ganz naiv glauben. Oder einfacher ausgedrückt im Wort von Adorno der ungeglaubte Glaube. Also ein Glaube, der seine eigenen Zweifel ständig verdrängen, ständig externalisieren muss. Der kein Mitleid mehr hat für die Ungläubigen, Mitleid dafür, wie es die großen christlichen Schriftstelle zum Beispiel durchaus kannten für die Armen, die vor Jesus Christus keine Möglichkeit hatten zum Heil im ewigen Leben. Also kein Mitleid für die Ungläubigen haben, sondern nur noch Hass, weil sie eben daran ihren eigenen Unglauben bekämpfen müssen oder ihre Unfähigkeit zum Glauben dieser Glaube also dem die Kraft fehlt und der daher im Wesentlichen im Konsum des Glaubens der anderen besteht. Diese ganze Kulturindustrialisierung von Glauben, die ich angesprochen hatte, also die ganzen spektakulären Events, wo Leute auf der Bühne stehen und vorhampeln und oder irgendein ein abgesetzter Gottkönig für 200 Euro Eintritt einem Weisheiten erzählt, wie seid lieb zueinander oder solche Sachen. Das ist eben eine Art von Glauben an den Glauben der anderen. Daran also, dass wenigstens die Leute, die ich da konsumiere, heißen sie nun Beutula oder Teresa oder eben Dalai Lama oder eben auch der nächste Hassprediger in der Moschee, dass diese Leute also verkörpern, was man selbst eigentlich gar nicht mehr vermag, nämlich ein unmittelbares Verhältnis zum Heiligen, einen direkten Draht ganz nach oben. und Stichwort Hassprediger, ich denke, dass die politisch relevanteste Form, in der das heutzutage auftritt, dieser Glauben an den Glauben der anderen oder den Konsum des Glaubens der anderen eben der occidentale Islamneid ist. Islamneid in dem Sinne eben, dass in allen Debatten, ob es nun die offene Apologie der Kumpanei ist, also das Verständnis dafür, dass die Präsenz der Amerikaner an den heiligen Städten ja auch wirklich eine Beleidigung für Muslime ist und die Tatsache, dass Israel da ist, nun auch wirklich zu viel verlangt und so. Also der ständige Bereitschaft zum Nachgeben zur Kumpanei mit islamistischer Barbarei, aber auch eben in Form der sogenannten Islamkritik, wie sie etwa ein Sarrazin pflegt, der ja, wenn er über die muslimische Unterschicht schreibt, also das große Problem, dass die so eine große Geburtenrate haben, dann spricht er mit seiner unglaublichen Fixierung auf Fragen des Gebärens natürlich das größte Lob aus, was für so ein Reaktionier denkbar ist. Die Muslime, das sind eben noch so richtig Vitale, die mit der Kraft, um das Abendland zu überrollen. Während wir hier ja eigentlich schon viel zu dekadent, schon viel zu überzivilisiert sind, um uns diesen vitalen Massen überhaupt noch erwehren zu können. Also so eine Art Gobineau für Arme, ich weiß nicht, Gobineau ein Begriff ist, einer der Rassentheoretiker aus dem 19. Jahrhundert, der eher so ziemlich jammerige La Moyante Bücher geschrieben hat darüber, dass die weiße Rasse dem Untergang geweiht ist, weil sie eben nicht mehr stark und kräftig ist und schon viel zu viel Rassenmischung gemacht hat und deswegen irgendwie die Zukunft den Minderrassigen gehören wird. Also genau dieses Motiv findet man eben bei Sarrazin auch und bei vielen irgendwie von denen, die heutzutage als Islamkritiker formieren, weiß man immer gar nicht. Sagen die jetzt was negativ? Also ist das denn wirklich eine Kritik oder ist das nicht ein insgeheimes Lob, wenn sie von dem Fanatismus, dem Vitalismus, dem ungebrochenen Glauben, der da noch herrscht, sprechen. Und es klingt und es ist zumindest eine Kippfigur, wo es ziemlich problemlos ist, sich vorzustellen, dass die von Islamkritik auf Islamapologie umstellen können. Am schönsten ist das vielleicht in einem ganz bemerkenswerten Detail in dem Sarrazin-Buch, es gibt am Ende von diesem fürchterlichen Weltzeit, ich glaube, man braucht nur den Anfang und das Ende zu lesen und es kann irgendwie die 400 Seiten in der Mitte überspringen, aber das Ende sind eine negative und eine positive Zukunftsvision und Sarrazins positive Zukunftsvision sieht so aus, dass erst wird nochmal alles schlimmer und dann begehen die Überreste der Sauerland-Gruppe ein großes Attentat und dann setzt das Umdenken ein und die Leute fangen an irgendwie die Zuwanderung zu begrenzen und die Lehrpläne von 1971 wieder einzuführen und die Kopftücher zu verbieten und dann wird eigentlich alles wieder ganz schön und Neukölln wieder bewohnbar und also es ist eine ziemlich irre provinzielle Ordnungsideologie die auch wirklich zeigt, dass dieser Mann nicht fähig ist ein modernes Gemeinwesen zu regieren weil ihn eigentlich Außenpolitik oder politische Ökonomie überhaupt nicht interessiert sondern eben wirklich nur die Geburtenrate ist bei 2,2 aber das interessanteste finde ich eben dieses Detail das ist die Sauerland Gruppe ist die einen Anschlag macht denn wie die meisten wissen das ist eine Gruppe deutscher Konvertiten gewesen und eben keine Einwanderer aus der arabischen oder türkischen Welt und es steht am Anfang der deutschen Wiedergeburt zu den Lehrplänen von 71 und der Geburtenrate von 2,2 Kindern pro Frau und ich finde daraus drückt sich schon ziemlich deutlich aus was für ein ja kaum verholende Wunschfantasie eigentlich hinter diesen Beschreibungen von naja den fanatischen islamischen Massen steht und und es ist muss man natürlich immer sagen ein Bild denn während dieses Bild vom zum Beispiel islamischen Selbstmordbomber der wirklich so tief glaubt glaubt dass er sein eigenes Leben zu opfern bereit ist der also das schafft was ich mir gar nicht vorstellen kann der nicht dekadent und feige ist der sozusagen meine antizivilisatorischen antisemitischen antiamerikanischen Affekte für mich auslebt und damit irgendwie eine Art von psychische Rolle für mich spielt wie sie auch das Konservendosengelächter bei der Comedy spielt nämlich mir sozusagen die Emotionen abzunehmen während also dieses Bild vorherrscht hat es natürlich mit der Wirklichkeit gerade des fundamentalistischen Islams des politischen Dschihadismus ziemlich wenig zu tun denn gerade die Leute sind ja am wenigsten die die sagen aus einer noch stabilen traditionellen Kultur kommen wo seit Jahrhunderten irgendwie der Islam von Vater auf Sohn weiter lieben wird und so weiter sondern meistens gerade Leute die mal im Westen studiert haben die einen modernen Beruf haben wie Ingenieur oder Naturwissen besonders beliebt sind eben oder besonders hohen Anteil an Selbstmord Attentätern haben eben wohl Ingenieure und so naturwissenschaftlich gebildete Techniker und die also selber ein ungemeines Problem haben mit ungeglaubten Glauben mit dem eigentlich besser Wissen oder dem wieder besseres Wissen die also selber vielleicht im Selbstmord Attentat ihre eigenen Glaubens Zweifel überwinden müssen und die auf jeden Fall in der Regel einen sehr starken Hand zu Kameras haben vor vor der sie ihre tollen Reden schwingen können ich weiß ob jemand den Film for Lions kennt da wird das so ein bisschen vorgeführt wie da Leute dann sich inszenieren vor der Kamera und so eine tolle Rede warum sie sich in die Luft sprengen schon mal einfangen also sehr gerne vor Kameras sich in eitler Pose werfen oder ihre Snuff Movies ins Internet stellen und auf jeden Fall wie Kenan Malek bemerkt in ihren Kommandoerklärungen zigmal mehr von sich selbst als von Allah sprechen in dem Sinne könnte man insgesamt von einer Wahlverwandtschaft von Religion und Kulturindustrie sprechen nicht nur in dem Sinne dass Religion wie zum Beispiel in Formen von islamistischen Selbstmordartentäter Videopics sein Kultur industrialisiert ist sondern dass auch Kulturindustrie letztendlich bestimmte Momente der Religion übernommen hat es ist ja nicht umsonst so dass Popstars Fußballstars und so weiter gerne Gott genannt werden in den 50ern war sowas noch ein Skandal heute ist das relativ üblich insofern wie Feuer wenn Feuerbach sagt dass Gott sozusagen die Projektion des idealen Menschen in den Himmel ist so ist Kulturindustrie natürlich die Projektion des idealen Lebens in die Apparatur das heißt die Vorführung dessen was Leben eigentlich sein könnte in entfremdeter Form wenn Gott also Popstar ist Popstars sind Gott dann drückt sich ein Moment eben davon aus dass das was Religion mal ausgezeichnet hat deren gesellschaftliche Funktion eben der Idealisierung sich insgesamt eher auf andere Sphären verlagert hat und vor einem Monat ging es hier ja schon mal um Walter Benjamins kleines Fragment Kapitalismus als Religion wo Benjamin genau diesen Gedanken hier fortspinnt dass eigentlich der Kapitalismus ein großer Kult ist ein Kult sans rêve et sans merci also ohne Traum und ohne Gnade sondern ein Kult der wie gerade die frühesten und archaischen Kulte einer ist der sich der sich selbst sozusagen unmittelbar als Praxis missversteht also ähnlich wie wie die Höhlenmaler die wenn sie wenn sie Naturwesen anbeten und ihre Jagdopfer bringen nicht die Vorstellung haben dass sie gerade eine religiöse Tat vollführen sondern ganz im Gegenteil dass das praktisch überlebensnotwendig ist was sie hier tun weil sonst finden sie nicht zu jagen genau genau in dem Sinne würde der kapitalistische Kult der Dienst an der Ware sich sozusagen genau auch als das pragmatischste notwendigste praktischste missverstehen es gibt diesen Gedanken auch und das ist vor zwei Jahren oder einem Jahr bei Mattes und Seitz erschienen von Paul Lafargue dem Schwiegersohn von Karl Marx der berühmt ist vor allen Dingen durch sein schönes Büchlein Recht auf Faulheit von dem aber auch ein Text existiert namens Kapitalismus als Religion ich weiß nicht ob Benjamin den auch gekannt hat ich glaube fast nicht wo Lafargue eigentlich in Form einer Satire das Kapital als Religion beschreibt aber es unglaublich gut funktioniert also das Kapital als die ewige Substanz die sich verkörpert in diversen endlichen Formen und diese damit zum Leben erweckt der unbewegte Beweger hinter den Erscheinungen und von dem vor allem was ich eine sehr schöne Formulierung finde Lafargue schreibt dass Arbeit eben die Fürbitte ans Kapital ist und ich glaube gerade unter Bedingungen wo heute Arbeit in dem Sinne ihre ganze Naturnotwendigkeit verloren haben hat als ja alle irgendwie immer überlegen Gott wie schaffen wir jetzt für die Leute Arbeit also dieser irrsinnige Gedanke hat das unglaublich viel für sich dass das eben ein Ritus ist ein Kult mit dem man sich diese unbekannt diese drohende Gottheit des Kapitals der zweiten Natur gnädig zu stimmen und zwar eben sowohl ob ob es in den ABM Maßnahmen oder in den bescheuertesten also in den Ein-Euro-Jobs oder in den ganzen bescheuerten Tätigkeiten die der Kapitalismus so schafft wie Personalmanagement und solche Dinge aber eben auch in der Art wie man ansonsten so sein Leben fristet indem man also Gehirnjogging betreibt und sich fit hält und stets bereit und flexibel und so weiter also sich sozusagen ein Ritus begeht eine Mimesis an das was man eben an die Erfolgreichen die die schaffen dieser Gottesdienst am Kapital den kann man sehr schön schon falls jemand mal nach Hamburg kommt eines der beliebtesten Touristenattraktionen ist dort die Speicherstadt die Speicherstadt ist im 19. Jahrhundert von den Pfeffersäcken also den Hamburger Kaufleuten gebaut worden als Warenspeicher also das unglaublich profanste was man sich vorstellen kann und es ist wirklich ein riesiges Tempelgebäude das hat so gotische Rundbogen und so kleine Türmchen und es sieht wirklich aus wie eine große Kathedrale wo man halt seinen Dienst an der Ware dann eben verübt und es ist sehr beeindruckend es ist also Kapitalismus als Religion Dienst an der Ware für bitte ans Kapital ist eben immer eine Huldigung an das was einem wie eben in den allerfrühsten Tagen der Menschheit zu zermalmen droht nur eben nicht mehr in Form der ersten Natur die man sozusagen als Naturgottheit anbetet sondern der zweiten der gesellschaftlichen Natur der man noch viel weniger der man eigentlich nie genug huldigen kann die Ewigkeit des Kapitals die Ewigkeit der Verwertung übersteigt eben als das Unendliche jeden endlichen Horizont jedes endliche einzelne Leben trotz des bürgerlichen Phantasmas vom Weiterleben nach dem Tod in Form des Erbes die Maßlosigkeit der Verwertung kennt eben kein Ende übersteigt jeden individuellen Horizont und man muss um dabei zu sein um sich ihm andienen zu können so viel Glaube Liebe Hoffnung investieren wie nur je für den Christengott wie es eben schon die gleiche Wortwurzel von Credo und Kredit anzeigt Credo ich glaube Kredit ich glaube daran dass die Verwertung weitergeht dass mein Geld also seinen Wert behält dass ich meine Waren weiter veräußern kann dass der Warentausch also in Ewigkeit weitergeht aber es ist eben eine Hoffnung auf nichts weil das Kapital selber die reine maßlose Quantität ist die bloße Form die absolute Inhaltslosigkeit Es kennt also und das ist eben gemeint in einem Begriff von Benjamin vom Coul sans rêve et sans merci Es kennt kein Traum kein Paradies und auch kein jüngstes Gericht weil die Akkumulation eben einfach immer weiter geht und sie schleppt die Leute eben mit die manchmal wenn sie eben um die manchmal eben ihre abgelegten religiösen Bilder brauchen um nicht abgehängt zu werden um ihren Dienst am Kapital an diesem großen nicht darstellbaren verüben zu können Diskussionsbedarf Nachfragen Kritik und haben das ja eigentlich nicht mehr aktuell wäre sozusagen dass dass diese Hoffnung projiziert aufs Jenseits, auf das bessere Leben, eigentlich gar nicht mehr vorhanden wäre, zumal ja das Buches Leben ja an sich auch von dieser Welt jetzt möglich sein könnte, wo ich den Wurtern widersprechen würde, dass ich glaube, ja natürlich ist das sehr gut möglich, das heißt ja aber nicht, dass das im gesetzlichen Berufssteil der Menschen auch vorhanden ist. Und insofern würde ich auch sagen, dass das immer noch aktuell ist, insofern, dass Menschen eben dieses elende Leben halt, naja, wie man sich gesehen kann, auch wenn man ein gutes Leben tut, das ist ja auch immer noch auf dem jenseitiges Nachfrohleben irgendwie schon projiziert. Und auch die Vorstellung von diesem ewigen Leben nach dem Pro, dass da halt nichts, was irgendwie mit so einem Gewinnismus irgendwie ergangen wäre, also das ist natürlich immer eine Tendenzformulierung, aber ich glaube schon, es ist insofern was dran, weil, also ich würde mal ausgehen davon, eine Sache, die die Dawkins in seinem Buch beschreibt, was ich eine interessante Beobachtung fand, war, es gibt ja immer die Vorstellung davon, dass der Bekehrung auf dem Totenbett, also der Vorstellung, dass irgendwelche Atheisten, wenn sie kurz vorm Tod stehen, dann doch sagen, oh nein, so, oh Gott, angesichts des Schreckens, jetzt glaube ich doch an Gott und so. Und dass er dem gegenüber meint, dass er eigentlich gerade diese unglaubliche Angst vorm Tod eher bei Gläubigen, bei Christen wahrnimmt als bei Atheisten. Und ich hatte da so überlegt, naja, okay, das hat ja schon eine gewisse Wahrheit, weil, so wie ich eben meinte, ich trete dann einem Schöpfergott gegenüber, der offensichtlich auch das ganze schreckliche Elend in dieser Welt zugelassen hat, was ja in einem starken Sinne nicht notwendiges Elend ist. Und ich glaube, es macht eben schon einen Unterschied, wie man kann nicht einfach, also selbst wenn im subjektiven Bewusstsein natürlich nicht so drin ist, es könnte alles besser sein, wenn es einfach nur eine solidarische Menschheit gäbe, die, was weiß ich, wahre Geld und so weiter abschafft und im Verein freier Menschen vernünftig plant. Aber selbst wenn es das nicht ist, dann gibt es doch immer, also es gibt sozusagen eine Notwendigkeit, die Möglichkeiten des Besseren zu verdrängen. Also so wie Antisemitismus auf eine bestimmte Art immer ein negativer Index der Freiheit ist, also ein Verdrängen, ein Bekämpfen der Möglichkeiten des Besseren. So ist insgesamt ja das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft ein ständiges, ja, ein ständiges, an sich selber irgendwie die Wünsche nach mehr und sowas bekämpfen müssen. Gerade in reaktionäreren Zeiten, also nach Aufbrüchen, die nicht zum Erfolg geführt haben, also nach der ganzen Geschichte der von 1871 Pariser Kommune oder 1917, russische Revolution bis 1968, wo all diese revolutionären Möglichkeiten nicht genutzt werden konnten und so weiter, man also mit dem schlechten Leben muss, lebt man eben nicht so, wie wenn es das nie gegeben hätte, also wenn man nie gewusst hätte, dass es auch anders geht, sondern man muss immer in dem Bewusstsein leben, es hätte anders gehen können, aber ich muss jetzt damit klarkommen. Und das führt immer dazu, dass, was Wolfgang Kurz sagt, gescheiterte Revolutionen, gescheiterte Aufbrüche machen Menschen dümmer, weil sie sozusagen an sich, weil sie an sich, um überhaupt existieren zu können, sein Bewusstsein des Besseren, des Anderen eben bekämpfen, durchstreichen, veräußern müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass sich einfach die Bedeutung die Religion dafür hat, sehr viel stärker auf diese, die Bekämpfung des Besseren, die Bekämpfung des Wissens oder der Ahnung, dass ein anderes Leben doch viel schöner und besser möglich wäre, verschiebt. Während eben für jemanden, der, was weiß ich, eben, ich nehme dann immer Island des 8. Jahrhunderts oder 9. Jahrhundert, weil ich das so, also wer da lebt, der weiß eben, dass wirklich Hunger dazugehört und dass es nicht irgendwie einfach reine Willkür ist, dass, naja, dass es nicht Reichtum für alle gibt, sondern dass das tatsächlich unter den gesellschaftlichen Bedingungen nicht anders zu haben ist. Der hat also keine Träume von diesseitigen besseren Bedingungen, die er bekämpfen, an sich selber bekämpfen muss, die er beständig praktisch durchstreichen muss und kann deswegen sozusagen viel Ungebrochener vielleicht von diese Paradiesvorstellung, also diese Schlaraffenlandvorstellung von ungehemmten Reichtum pflegen. So ist das gemeint. Was nicht bestreiten will, dass natürlich es bestimmte unaufhebbare Naturgrenzen gibt, die auch der Kommunismus nicht wird beseitigen können, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen überhaupt sterben müssen, die sozusagen immer auch das Bedürfnis nach Trost in bestimmten Fantasien oder sowas erwecken werden. Aber ich glaube schon, dass man dieses Moment von dieser Verschiebung hin zu Bekämpfung des Besseren ziemlich überall zeigen kann, wo es religiöse Massenbewegungen gibt. Ob das nun im Nahen Osten ist oder in amerikanischen schwarzen Ghettos oder, 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 oder. Also so war ein bisschen die Idee. Dazu kommt, dass sich natürlich die bürgerliche Gesellschaft auch andere Medien geschaffen hat, um Träume, Utopien und sowas von besserem Leben zu entwerfen. Also die Kunst und Literatur, aber auch Technik und all das. Das heißt, Religion hat ja eben sowieso schon mal, ist nicht mehr unangefochten für diese Art von Fantasieproduktion, sondern ist, das hatte ich ja versucht zu zeigen, eh schon mal sehr viel begrenzt und entwertet worden. Aber man kann ja eben auch zeigen, dass so bestimmte Tendenzen bürgerlich, also so von säkularisierter, sagen wir mal religiöser Hoffnung, also die sich an, was weiß ich, Kunst, Literatur, aber eben auch Technik geheftet haben, eigentlich kaum noch existieren. Dass es also diese ganze Art von, naja, in der Zukunft wird alles besser und unsere Kinder werden es besser haben und so, praktisch kaum noch gibt, sondern im Gegenteil, also ein allgemeines, irgendwie klar wird immer alles schlimmer und eine allgemeine Zukunftslosigkeit. Und davon ist natürlich die Religion ganz und gar nicht ausgenommen, sondern im Gegenteil eher vorne mit dabei. Du meintest vorhin, dass anteilig besonders viele Ingenieure irgendwie besseren Attentate machen würden und man ist, dass da einen besonders starken Widerspruch geben müsste, zwischen quasi Aufgeklärtheit und quasi fanatischem Glauben. Ja, also der, wo der Mann es halt irgendwie, dass sie sich in ihrem Glaubensvergewissern halt in ihrem Atten hat. Und ich weiß jetzt halt nicht unbedingt halt irgendwie, ob es für so den Ingenieurstitel tatsächlich irgendwas über die Aufgeklärtheit einer Person dann aussagt, weil ich kann ja irgendwie Chemietechniker sein oder irgendwie Maschinenbauer und muss deswegen nicht irgendwie, naja, Gott irgendwie ablehnen oder da an meine Grenzen stößen, weil wir stoßen halt während des Studiums oder wie auch immer. Also, ich würde zu sagen, wie Gott sagt, ich fand das halt irgendwie, es widerspricht sich nicht zwangsläufig jetzt. Nein, es widerspricht sich ganz offensichtlich nicht. So, so, dann war es auch vielleicht ein bisschen verkürzt gesagt. Also, natürlich ist es auch so, dass gerade diese, sagen wir mal, praktisch orientierten naturwissenschaftlichen Tätigkeiten überall irgendwie ganz erstaunlich viele Formen von Esoterik und Spinnerei hervorbringen, egal wo. Aber, also mir ging es erstmal darum, dass das Bild, dass, also das Bild von, von Selbstmordattentätern oder überhaupt islamischen Fundamentalisten ist ja häufig eins, ob nun irgendwie kritisch oder apologetisch, die so ein bisschen eben sich vorstellt, das sind Leute, die irgendwie so, so verankert sind in ihrem Glauben, dass ihnen ihr eigenes Leben nicht so wichtig ist im Vergleich zu der religiösen Pflicht und dass die eben wirklich noch eine Idee haben, für die sie auch sich bereit sind zu opfern. So ein bisschen wie, wie zum Beispiel, zum Teil auch über, naja, Wehrmachtssoldaten geredet wird von Deutschland, wo Leute sagen, ja, die haben noch ihr Leben gewagt, das würde ich ja, das könnte ich ja gar nicht schaffen heute. Also so eine Art von komischer Verehrung. Und da würde ich eben, da ging es mir erstmal darum, dass gerade in diesen dschihadistischen Sekten ziemlich wenig Leute sind, die, keine Ahnung, aus einer ungebrochenen islamischen Tradition aus dem tiefsten Anatolien kommen, wo sie eigentlich nie irgendwie was anderes als den Koran gelesen haben, sondern die im Gegenteil meistens irgendwelche biografischen Brüche hatten, weil sie, keine Ahnung, im Westen studiert haben und bei Sayyid Khutub zum Beispiel, also einem der Chefideologen der Muslimbrüderschaft, findet man so Schilderungen aus seiner Zeit in Amerika, wo also mit Händen zu greifen ist, wie ihn das auch fasziniert hat, zum Beispiel irgendwelche Tanzveranstaltungen zu sehen, wie er natürlich dann mit Abscheu schildern musste, so viel nackte Haut und ganz schlimm und unmöglich, aber gleichzeitig von totaler Faszination, also mit einer unterschwelligen Faszination erfüllt. Und dass das eigentlich ein häufiger Lebensweg ist und dass zu dieser Art von sozusagen eigentlich ein, naja, so eine Art eher modernen, gerade eben nicht vorbürgerlichen, traditionellen Lebensweg bei vielen dieser Selbstmordattentäter oder auch den islamistischen Propagandisten und sowas nachzuweisen ist und dass gerade in diesen praktischen Ingenieursberufen das ja sozusagen im Begriff eines modernen Berufes ist, wo ich mit einer entzauberten Natur zu tun habe, also mit einem, wo ich mir sozusagen im Berufsleben, also in meiner Tätigkeit selbst gerade alle metaphysischen oder sonst was Gedanken aus dem Kopf schlagen muss und dass aber gerade das gerade für die dann diese Art von ja völlig wahnhaften Jihadismus oder so attraktiv ist, eigentlich eher ein bisschen was darüber aussagt, dass es hier eben nicht um tief empfundenen Glauben geht, sondern ganz offensichtlich eher um etwas so Identitätsstützen im ganz instrumentellen Verhältnis eben auch zu Religion. Das heißt also nicht, dass ich meine, die müssten ja so aufgeklärt sein, aber dass ich meine, es sind eben, ja, ja, ich glaube, ich habe es eigentlich gesagt, oder ich kann es, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen klarer wurde, was ich meine, oder ja. Ja, das kann man es dann irgendwie so, wieder besseres Wissen so machen. Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen wieder besseres Wissen muss da eben schon drin sein, also nicht deswegen, weil sie durch ihren Beruf irgendwie aufgeklärt sind, aber weil sie sozusagen mit Gewalt an sich selber auch vollstrecken müssen, diese Zugehörigkeit zum islamischen Kollektiv, die sie sich selber nicht ganz glauben, weil sie sozusagen, ja, keine Ahnung, mit der Perol, also mit der eigentlich abgelehnten Moderne, sozusagen sehr, sehr direkten Kontakt haben, während jemand, der, keine Ahnung, in, äh, wirklich auf dem, von der Moderne kaum erreichten anatolischen Dorf, falls es sowas noch gibt, aufwächst, ähm, und, ähm, möglicherweise gar nicht diesen, diesen Drang entwickelt sich, sozusagen, ähm, das mit aller Gewalt gegen sich und andere zu beweisen, dass, dass ich in diesen Traditionskreis gehöre. Und dieses, das Moment von, von, ja, wie es sich mit aller Gewalt beweisen und die eigenen, ähm, die, den eigenen Traditionalismus gegen, gegen besseres Wissen beweisen, das meinte ich so. Sonst kann ich vielleicht noch mal, wenn es jetzt keine dringenden Wortmeldungen gibt, noch mal, was kürzer und vielleicht etwas thesenförmig, sagen, was ich mit der Kritik von, der Religionskritik meinte. Ähm, ein bisschen ist es, glaube ich, schon auch in dem, was ich vorher gesagt habe, angeklungen, also dieser, dass der Wandel in der Bedeutung von Religion, also was früher, unmittelbare Vergesellschaftungsinstanz war, heute eigentlich eher eine Art von Entgesellschaftung, Privatisierung und so weiter, ähm, unterstreicht, dass das eben auch natürlich in eine Religionskritik eingehen muss, während, ähm, während die, gerade die Erfolgreicher, also die von Dawkins und Hitchkins, in Tradition des Positivismus, eigentlich so etwas wie die gesellschaftlichen Funktionswandel von Religion schon allein deswegen gar nicht kennt, weil sie weder Gesellschaft noch Geschichte kennen. Ähm, und deswegen ist häufig, also Dawkins weniger, aber Hitchkins ist ein, ein sehr nett zu lesender Autor, macht großen Spaß, und auch Dawkins hat wirklich ein paar schöne Pointen, und man freut sich natürlich wirklich so etwas zu lesen, aber es gibt gleichzeitig auch so ein, ein gewisses Unbehagen da drin, und das fängt eben damit an, dass eigentlich für sie, ähm, nicht nur Religion unter Metaphysik Verdacht steht, sondern eben auch, äh, das genaue Gegenteil, nämlich die, die, eine in Tradition von Marx stehende Religion und eben damit auch Gesellschaftskritik, ähm, und, sondern, ja eben nur zählen soll, also, es tatsächlich diese Vorstellung gibt von, ähm, so, da es jetzt naturwissenschaftliche Erklärung für bestimmte Phänomene gibt, brauche es eben keine Religion mehr, und, ähm, das muss man jetzt eigentlich nur noch den Leuten nochmal so richtig klar machen. Das erst mal bemerkenswerte Paradox, was einem, was einem vielleicht bei, bei all diesen Autoren auffallen kann, ist, dass die, die auch, die Menschenfreundlichkeit, ähm, auf die sie sich ja berufen, dass Religion eben menschenfeindlich ist, despotisch, äh, das Unglück der Menschen verstärkt, dass diese Menschenfreundlichkeit ganz schnell in eine ganz, in eine bestimmte Form von Misanthropie, also Menschenfeindlichkeit, umschlägt, was auch eine, eine Logik hat. Denn, ähm, wenn Religion einfach, sagen wir mal, ein Irrtum über die Welt ist, über die Welt, wie sie, wie sie verpasst ist, äh, eine falsche versus die richtige Erklärung der Welt, ähm, dann kann man, dann steht man natürlich ganz schnell vor der Frage, okay, aber, äh, wenn die Menschen nun einfach seit Jahrtausenden in diesem blödsinnigen Irrtum, diesen ganzen Blödsinn mitmachen, haben sie es dann nicht eigentlich irgendwie auch nicht besser verdient, äh, und gerade Karl-Heinz Deschner, also Deutschlands bekanntester Kirchenkritiker, hat diesen unglaublich Misanthropischen Einschlag, ähm, die zum Beispiel eben darin äußert, dann, dass tatsächlich Tiere doch die besseren Menschen sind, und, äh, hat ein ganz furchtbares, Buch über, namens der Moloch, über die Amerikanisierung der Welt geschrieben, was also vor Ressentiments gerade zu, also gerade gegen die Moderne, die er dann mit Amerika verbindet, nur so strotzt, wirklich, ähm, aber eben auch bei Dawkins und Hitchens ist das zwar angelsächsisch gemäßigter und insgesamt etwas freundlicher und zivilisierter, aber eben dann doch, und die haben, wie die, wie halt irgendwie die, die Aufklärer, die frühen Materialisten, sich ja eben auch erklären mussten, wie es eigentlich in der besten aller Welten, nämlich der bürgerlichen, trotzdem so einen Unsinn wie Religion geben kann, und dann auf die Priestertrugsthese verfallen sind, nämlich, dass einige böse, finstere Gesellen irgendwie den anderen diesen Quatsch einreden, haben eben Dawkins und Hitchens die, sozusagen eine Art biologische Priestertrugsthese, nämlich, dass das menschliche Gehirn halt so unterentwickelt ist und so schlecht eingerichtet, dass es einem die Religion vorgaukelt. Da gibt es dann eben schöne Formulierungen über, lass mal aussuchen, dass wir Menschen nämlich eben mit überdimensionalen Adrenalindrüsen und einem zu klein geratenen präfrontalen Kortex eigentlich gar nichts anderes können, als anthropomorphe Ursachen in die Natur projizieren und dementsprechend von Natur aus egozentrisch voller Konstruktionsfehler einfach die Nase zu hoch tragen würden. Das ist letztendlich ja, tatsächlich die logische Konsequenz daraus, dass es eine Geschichte für sie eigentlich auf einer bestimmten Ebene gibt es sie, nämlich als naturwissenschaftlichen Fortschritt der Religion unnötig macht, auf der anderen Ebene gibt es es eben nicht, weil Religion immer schon ein dummer Irrtum war, zu dem Menschen aber immer schon wegen den präfrontalen Kortexen geneigt haben. Was es eben nicht gibt, ist ein dialektischer Geschichtsbegriff der also Bewusstsein als ja als menschliche Geschichte der zumindest möglichen Emanzipation denkt, das heißt eben als ein zu sich kommen, der Gattung möglich denkbar macht in der Bewältigung von Natur, in der Bemeisterung von Natur, wozu dann eben auch Religionen ihren Beitrag geleistet haben könnten. Das heißt also die Religionen einfacher gesagt nicht auch in eine Fortschrittsgeschichte des menschlichen Denkens dialektisch trotz allem brutalen und bösen was mit den Religionen gekommen ist denken können. Ich mache das mal um es anschaulich zu machen an einem Beispiel, was sowohl bei Dawkins und Hitchens als ein besonders schlagkräftiges Beispiel für die Bösartigkeit und Brutalität der jüdisch-christlichen oder der abrahamitischen Religion, also Judentum, Christentum, Islam, gesehen wird, nämlich die Geschichte von Abraham und Isaac. Das ist ja eben die Geschichte, dass Gott Abraham befiehlt, seinen einzigen Sohn zu opfern und Abraham dann auch gehorsam ist, aber in dem Moment, wo er dann eben Isaac totstechen will, kommt ein Engel vom Himmel und sagt, stopp, nein, du bist gehorsam gewesen, das ist alles toll und brauchst deinen Sohn nicht zu opfern, kann stattdessen irgendwie eine Ziege nehmen. Und bei Dawkins und Hitchens formiert das als Beispiel für Kindesmisshandlung durch Religion und es gibt natürlich auch eine lange Tradition, die Abraham dafür lobt, insbesondere in der christlichen und dann in der islamischen Überlieferung, wie toll, das ist wirklich irgendwie Gottes gehorsamer Knecht, der tut alles, was Gott verlangt, ohne Murren, wozu es dann noch eine besondere Pointe gibt im Unterschied zwischen Bibel und Koran, während nämlich in der Bibel Abraham seinen Sohn Isaac immerhin täuscht und sagt, wir gehen jetzt auf den Berg und da opfern wir und Isaac aber nicht verrät, dass er geopfert werden soll, sondern irgendwas immer erzählt von einem Opfertier und das finden wir noch und so. ist es im Koran so, dass Abraham den Befehl erhält und dann geht er zu Isaac hin und sagt, Gott hat gesagt, ich soll dich opfern und dann sagt Isaac, ja, ich bin freudig bereit dazu und auf mich kannst du dich verlassen. also wirklich eben jede Spannung, die in dieser biblischen Geschichte drin ist, noch getilgt hat. Aber diese Spannung besteht eben genau deswegen, weil das nicht einfach nur eine Parabel auf Gehorsam ist, sondern eben auch und vor allem und das ist etwas, was Hitchens und Dawkins nicht wissen oder nicht wissen wollen, tatsächlich einfach die mythische Schilderung der Abschaffung des Menschenopfers ist, dass in allen Religionen damals weitgehend übliche Menschenopfer häufig eben das Opfer des Erstgeborenen, dem dann der jüdische Gott für seine Gläubigen Einhalt geboten hat, mit eben dem Stattdessen ein Tier Opfern und was auch in diversen Ersatzhandlungen des Judentums drinne ist, also zum Beispiel auch die Beschneidung als sozusagen ein Ersatzopfer, die Vorhaut statt des ganzen Penis und in den jüdischen Speiserieten sozusagen nur bestimmte Sachen, die nicht zusammengegessen werden dürfen, statt irgendwie jedes Speise Opfers, also in dieser ganzen Ersetzungshandlung eben einen ganz eminenten Fortschritt der Vermenschlichung war, der Vermenschlichung des Menschen und damit eben nicht in dieser Kindesmisshandlungs- und Gehorsamsgeschichte aufgeht. Und insgesamt ist es ein bisschen das Problem gerade einer geschichtslosen Religionskritik an dieser Abraham-Isaak-Geschichte kann man das besonders schön deutlich machen, aber insgesamt ist es so, wenn ich so einen Religionsvergleich mache und ich gucke mir einfach die Heiligen Schriften an, dann ist natürlich das Alte Testament im Vergleich zum Neuen Koran das mit Abstand Blutigste. Da werden einfach ständig Städte zermalmt und alle Einwohner geschlachtet und all sowas. Und insofern landen eigentlich die Arten von Religionskritiker, die so ein unmittelbares geschichtsloses Verhältnis zu diesen Texten einnehmen, letztendlich ob sie wollen oder nicht immer beim Judentum als der Wurzel allen Übels. Das ist zum Beispiel auch bei dem Deschner in seinen Kirchengeschichten so, dass er einerseits greift er natürlich immer das Christentum an dafür, dass es anti-jüdisch ist, andererseits immer, wenn er konkret in die Sachen reingeht, dann und zum Beispiel die Verfälschung der Lehre Jesu nachweist, dann sind insbesondere die eher judenchristlich geprägten Schriften des Neuen Testamentes dran, wo dann sagt das eben, also, doch Jesus eigentlich gerade mit diesem blutigen, zornigen, bösen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Gott Schluss machen wollte, mit diesem unerbittlichen Gesetz, aber das wird eben, das wird dann eben wieder von hinten eingeführt, in sowas wie dem Lukas-Evangelium, weil das eben eher judenchristlich geprägt ist und lobt dann das Johannesevangelium, was das anti-jüdischste der vier Evangelien ist. Und tatsächlich ist ja das Judentum schon allein deswegen für universalistische Religionskritiker ein Skandalon, weil es anders als Christentum im Islam nicht für alle offen steht, sondern weil es immer noch diese Male, diese Spuren einer Stammesreligion trägt. Und es gibt ja dieses schöne Bilderbuch, wo bitte geht's zu Gott, fragt er das kleine Ferkel, um das so ein bisschen Aufregung mal vor zwei, drei Jahren gab. Und da gibt es in diesem Bilderbuch für jede der drei großen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, jeweils eine Doppelseite, wo dann einfach und kindgerecht erklärt wird, was das Schlimme und Böse daran ist. Und beim Judentum ist dann das Schlimme und das Böse daran, dass das kleine Schweinchen gar nicht in die Synagoge darf, weil es ja kein Jude ist. Und genau dieses Mann-Mann ist nicht für alle da, hat so dieses archaische Stammesgeschichtliche, ist natürlich auch so ein bisschen was Peinliches, aber, und das ist eben dann wiederum die historische Perspektive, aber gerade das wiederum hält gleichzeitig hatte ich auch jenen archaischen Moment der Menschheitsgeschichte fest, als sich eine unglaubliche Transformation in der Religion abgespielt hat, nämlich der Übergang zum Monotheismus und noch viel wichtiger, die Bindung, also die Fundierung des Glaubens nicht im Ritus, sondern in Wahrheit, also eben oder allgemeiner in ethischen Handlungen, also das Wichtigste, was ein Jude nach der Toraia tun muss, ist eben nicht in den richtigen Momenten Opfern oder irgendwelche anderen Riten vollführen, das gehört zwar dazu, aber das Wichtigste ist eben, man ehrt Gott, indem man nach seinen Geboten lebt, indem man nach ethischen Geboten lebt, weiter und damit eben auch, indem man zwischen dem wahren und dem falschen Gott, dem wahren und dem falschen Glauben unterscheidet. Der Religionswissenschaftler Jan Aßmann hat ja eine Debatte vor jetzt auch ein paar Jahren schon angestoßen darüber, ob nicht gerade diese Wahrheitsorientierung der jüdisch-christlich-Islam vom Judentum aufs Christentum und den Islam gekommen wurde nicht diese Wahrheitsorientierung gerade die Wurzel von religiöser Barbarei ist, weil die ganzen polytheistischen Gottheiten ja ganz problemlos miteinander ausgekommen sind, aber der jüdische Gott hatte eben diese Unterscheidung zwischen wahren und falschen Göttern und damit eben auch des falschen Glaubens und des auszutilgenden der falschen Bildnisse und so weiter. Aber eben dieser Einschnitt der Unterscheidung von wahr und falsch der ist natürlich wirklich ein ganz immenser wirklich geistesgeschichtlicher Fortschritt dem zum Beispiel Adorno die Treue hält, wenn er schreibt in einem Briefwechsel über musikwissenschaftliche Fragen, ob nicht bestimmte Kompositionstraditionen nebeneinander existieren können und alle ihre Berechtigung haben und Adorno sagt, nein, darin bin ich rettungslos theologisch, für mich gibt es nur die eine Wahrheit. Und ja, aber das ist natürlich auch wirklich die Bedingung, unter denen man überhaupt reden und streiten kann, dass nicht alle irgendwie Recht haben können, sondern dass es tatsächlich wahr und falsch gibt. Während, und das muss man natürlich auch noch dazu sagen, während das Problem ja bei den Formen von religiöser Gewalt, wie man sie kennt, eigentlich in der Regel nicht die übertriebene Wahrheitsliebe der Beteiligten Schlechter ist, sondern eigentlich eher deren Bereitschaft, irgendwie noch die grausabste und lügnerischste und barbarischste Sache zu begehen, wieder ihren eigenen moralischen Kodex. und die Möglichkeit, die Welt überhaupt unter wahr und falsch, also überhaupt zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, das heißt, die Welt unter Bedingungen von Wahrheit und Falschheit zu stellen, ist eben die Wurzel jeder Gesellschaftskritik, die eben nicht sagt, unterschiedslos, so wie es ist, ist es gut, was gerade natürlich die Lehre der polytheistischen oder animistischen Naturreligionen sind, die sagen, und das wird ja in irgendwie solchen populären Geschichten wie Marion Zimmer Bradleys Nebel von Avalon, genau wie in irgendwelchen komischen New Age Riten oder sowas immer gesagt, die vorchristlichen, die heidnischen Religionen, die haben gerade nicht diesen Welthass, diese Abgewandtheit, die Weltverleugnung gehabt, sondern die haben die Welt so genommen, wie sie ist und das Leben so genommen, wie es ist und so war es gut und richtig. Wozu aber eben auch genau gerade die Bejahung der Erbarmungslosigkeit der Natur gehörte. Also, wer das Leben bejaht als bloßes Leben, bejaht eben auch immer, dass es ein Leben zum Tod ist. Wer die Natur bejaht, bejaht, dass es ein einziges Fressen und Gefressen werden ist. Und wer die Welt so wie sie ist, wie sie hier ist, bejaht, bejaht objektiv die Barbarei. Dem gegenüber ist gerade die Trennung von der Natur, von der Welt, die Trennung also in Subjekt und Objekt, die Setzung eines Subjekts, was zwischen wahr und falsch unterscheiden kann, eben der imminente historische Fortschritt der monotheistischen Religionen. Während also alle Vorstellungen von diese heidnischen post- oder prä-christlich-jüdischen Riten reden ja immer ganz viel von Ganzheitlichkeit und so. Dem gegenüber ist die Wahrheit eben des Judentums und dann auch in gewisser Weise, obwohl es es dann wieder auch zum Teil zurücknimmt, des Christentums die Trennung die Spaltung und es gibt ein vielleicht wunderbares Zitat von Jerobert Keith Chesterton wo er in Anknüpfung an ein Jesuswort, was den gerade den Exegeten nicht mal große Schwierigkeiten macht, wenn Jesus sagt an einer Stelle ich bin nicht gekommen die Liebe zu predigen sondern das Schwert was natürlich schwer mit dem der Liebesreligion mit dem die andere Wange hinhalten und so weiter zu vereinbaren ist aber Chesterton sagt eben Gilbert Keith Chesterton also bekannt als Autor von Pater Brown aber ein großer katholischer Freigeist wie überhaupt die englischen Katholiken eine erstaunliche Menge von ziemlich intelligenten und beeindruckenden Autoren hervorgebracht haben Gilbert Keith Chesterton schreibt dass die Liebe Gottes sich zu seinen Geschöpfen sich genau darin zeigt dass er sie aus der Harmonie mit sich und ihrer Umwelt reißt Zitat Liebe will das Individuelle Liebe will daher das Geschiedensein dass Gott die Welt in kleine Stücke zerbrochen hat begrüßt das Christentum mit instinktiver Freude denn es sind lebendige Stücke alle modernen Philosophien sind Ketten die binden und behindern das Christentum hingegen ist ein Schwert das schneidet und befreit keine andere Welt anschauung lässt zu dass Gott über die Aufspaltung der Welt in lebendige Seelen frohlockt weswegen eben auch die Vertreibung aus dem Paradies mit der ja die Tora oder die fünf Bücher Mose beginnen immer schwer zu sagen ist ob es sich dabei eigentlich um eine Strafe oder ganz im Gegenteil um eine Belohnung Gottes handelt und es ist auf jeden Fall eben das Bemerkenswerte auch in der jüdischen Religion dass das Paradies zwar am Anfang steht aber eigentlich nur kaum gestreift wird und die Geschichte erst beginnt mit der Trennung von Gott der Trennung sozusagen von der mythischen Alleinheit und damit aber eben auch gesetzter Unwissenheit über sich und die Welt also in dem Zustand des blinden Umfang seins Peter Hacks sagt es so schön Gott schimpft aber er schenkt ihnen Hosen dem gegenüber also während für das Judentum die Wahrheit erst mit der Spaltung von der Natur beginnt mit den Zäsuren die eingeführt werden mit den Trennungen im Subjekt und Objekt dem gegenüber sind die ganzen Vorstellungen von sich nicht über die Natur erheben wie sie eben in säkularisierter Form wieder bei zum vor allen Dingen Richard Dawkins als Evolutionsbiologen vorkommen also dem Naturalismus wo der Mensch einfach nur ein Stück Natur ist wie alles andere wo der Mensch eben ein Stück Natur ist hat es eben auch die logische Folge dass Begriffe wie Würde oder Vernunft oder Seele also all das was den Menschen von Natur eben unterscheidet wenig Gewicht haben wodurch dann wäre schon je Zitate vorgelesen wo der Mensch eigentlich als dummer Neandertaler mit zu kleinen Gehirnen und zu großen Adrenalindrüsen durch die Welt zieht wo aber dazu eben tatsächlich noch kommt eine ganz spezifische Entwürdigung zur Natursubstanz die Dawkins zum Beispiel davon reden lässt dass die Menschheit die einzige Tierart ist die nicht einfach vom Arzt eingeschläfert werden darf was er scheiße findet weil er möchte sich ja gerne wenn es dann mal soweit ist das Leben raus operiert bekommen wie einen überflüssigen Blinddarm genau diese Affirmation die Reduktion auf das was man von Natur aus ist ist dann aber ist genau das nicht widerständige sondern das im Gegenteil durch und durch affirmative Moment von Dawkins und Hitchens was natürlich voll auf der Linie kapitalistischer Naturverwertung die sich ja mehr und mehr eben auch auf die menschliche Natur bezieht sei es also eben von Gen- und Reprotechniken bis sonst was was ja auch die absurde Situation hervorbringt dass man sich mit Pfaffen mit denen man sich normalerweise aus Blut bekämpft in Fragen der Abtreibung oder so in Fragen gegen bestimmte Arten von Gen- und Reprotechnik zum Beispiel unter den Pfaffen die letzten Verbündeten findet findet wenn es also nach Peter Hacks dem großen sozialistischen Dichter die Aufgabe des Kommunismus ist sich nicht nur die Schönheiten sondern eben auch die Wahrheiten des Christentums anzueignen so gehören dazu eben gerade die diese Geschichte der Trennung von der Natur der Trennung von Mensch und Mensch die so etwas wie individuelle Liebe überhaupt denkbar macht die und dann schließlich auch so etwas wie Versöhnung die Anheignung eben dieser Wahrheiten würde heißen bezogen auf die Paradiesgeschichte dass noch das Vollkommene nur vollkommen ist wo es auch das Unvollkommene enthält also über sich hinaus treibt dass also vollkommen erst der Zustand ist der noch ein Mehr Geschichte ermöglicht dass der Mensch gerade weil er eben als Einzelner eben nicht das Ganze sein kann dem Gott der alles ist überlegen ist und als schönstes Beispiel vielleicht dafür die von Peter Hatz dann übrigens auch wieder aufgenommen das Motiv in seinem Stück Adam und Eva aber schon bei John Milton in seinem äh wie heißt denn das jetzt Paradise Lost danke aufgenommene Motiv vom Sündenfall das nämlich bei Milton und dann bei Hux so geht dass Eva in den Apfel gebissen und Adam merkt das und entscheidet sich dann aber dafür auch in den Apfel zu beißen weil er nämlich lieber auf Ewigkeit von Gott getrennt sein mag als von seiner Geliebten was heißt also Aneignung zum Schluss was heißt dieses Motiv der Aneignung der Wahrheiten des Christentums über dieses Motiv der individuellen Liebe der Trennung von Subjekt und Objekt der Trennung von Subjekt und Subjekt als Vorbedingung für Persöhnung die tiefsten Motive davon gibt es vielleicht bei Walter Benjamin dessen theoretisches Werk ja geradezu auf die Einwanderung der Theologie ins Profane gerichtet ist also das Profane heißt das diesseitige nicht religiöse es gibt bei Benjamin zwei wirklich wesentliche Motive das eine ist das von der Apokalypse das heißt oder die Lehre von der Hölle die nämlich diese Welt ist in dem wunderbaren unscheinbaren Satz des Passagenwerkes dass es so weiter geht ist die Katastrophe also keine wie von Robert Kurz in den Krisentheorien ausgemalte zukünftiges Zusammenbruch sondern das ganz Profane immer die Wiederkehr des immergleichen wie der Kapitalismus organisiert schon als die Hölle zu erfahren die sie ist und andererseits davon abgeleitet eine Vorstellung des Umschwungs des Umschlags des Bruchs die ich nur einmal kurz vorlesen werde dass nämlich gerade die Unerlöstheit der Welt dass der Messias eben noch nicht gekommen ist dass das gleich um gleich weiter geht die Möglichkeit des Anderen erst eröffnet und zwar das ist in seinem Walter Benjamins Kafka Aufsatz findet sich eine kurze Stelle die so geht nämlich eine alte jüdische Legende die heißt eine Prinzessin die verbannt fern ihrer Landsleute in einem fremden Dorf schmachtet erhält Nachricht von ihrem Verlobten er also der Verlobte habe sie die Prinzessin nicht vergessen und sei auf dem Weg zu ihr um das Dorf dessen Sprache die Prinzessin nicht versteht an ihrer Freude teilhaben zu lassen richtet sie ein Festmahl aus der Verlobte so sagt der Talmud ist der Messias die Prinzessin die Seele und das fremde Dorf der Körper diese Legende ist eben dann die Antwort darauf warum die Juden am Freitag Abend ein Festessen feiern derart als Einstand von spirituellem Glück und sinnlichen Genuss wäre Versöhnung historisch materialistisch zu denken denn es ist ja nicht nur die Entfremdung vom Leib die in die Anweisung auf dessen Verwöhnung umschlägt es ist die Abwesenheit des Messias selbst die erst ermöglicht dass sein Wort also die Ankündigung seines Kommens im denkbar unmittelbarsten Sinne Fleisch werden kann nämlich Fleisch zu einem Festmahl das beständig wiederholt die sehnsüchtige Erwartung der Erlösung in Szene setzt welche von Erfüllung nicht mehr zu unterscheiden wäre das wäre der Punkt Vielen Dank und damit können wir vielleicht in so eine weiterführende Diskussion einsteigen aber vielen Dank erstmal für das Referat Ja Ich hätte auch gleich eine Frage und zwar wurde dir ja zum Bahamas Artikel vorgeworfen dass du ja in gewisser Weise irgendwie doch positiv dann an so eine an die Religionskritik von Borkins anknüpfen würdest also dass du schon irgendwie so positive Anknüpfungspunkte sehen würdest und dann ja so ein bisschen die Argumentation meiner Meinung nach war dass du da nicht vehement genug gegen sie argumentiert hättest siehst du denn da irgendwie ein positives Moment drin dass es überhaupt so eine positivistische Religionskritik gibt oder denkst du dass man das völlig verwerfen sollte weil es eben dann doch in so einem Determinismus der alles durch Gene bestimmt endet Nein ich würde immer sagen dass wer das einfach von Grund auf verwirft verwirft sozusagen eine Tradition ohne die auch Marx und Freud überhaupt nicht denkbar wären also ich weiß dass eines meiner wichtigsten Bildungserlebnisse mit mit 16 oder so Bertrand Russells Buch warum ich kein Christ bin war also ohne dass ich hier irgendwie Christ gewesen wäre aber das war der erste der der mir also Bertrand Russell ist ja so ein Ahnherr des Positivismus und das ist aber ein sehr schönes Buch fand ich ich habe es seitdem nie wieder gelesen aber mit 16 fand ich es einfach super dass er sozusagen ganz einfach erklärt hat warum es letztendlich nicht genug Beweise für Gott gibt und dann aber auch so schöne kleine Motive wie warum Jesus nicht der weiseste und beste Mensch war der je auf Erden gelebt hat weil er nämlich zum Beispiel mal eine Dämonenhorde statt sie einfach irgendwie Puff in Luft auflösen zu lassen aus einem Menschenkörper in eine Schweinehorde getrieben hat die dann ja dran glauben musste und das sei ja auch nicht sehr freundlich und das ist natürlich wiederum auch das hat natürlich auch seine Vorläufer genau in diesen bürgerlichen Materialisten Ohlbach und Lametrie und Hevetius und wie sie alle heißen es waren Ur-Deterministen urbürgerliche Leute die aber überhaupt erstmal den Horizont eröffnet haben dass man ja dass ich keinen Gott brauche um die Natur zu erklären sondern dass das einfach ein ablaufendes mechanisches Uhrwerk ist und zum Teil sehr lustig also zum Teil sehr sehr so in jeder Hinsicht bürgerlich also auch dass sie Religion irgendwie eigentlich eine Art von sozusagen emotionaler Verschwendung fanden das ist so da macht man so viel unproduktive Dinge man könnte in der Zeit lieber irgendwie was vernünftiges schaffen aber also letztendlich sind Dorkins und Hitchens die letzten Ausläufer von sowas und das ist immer noch zum Teil wirklich ganz ganz spaßig zu lesen und das hat schon das hat schon seine Meriten ich würde eben trotzdem sagen bei Dorkins stärker als bei Hitchens dass man am Ende mehr Probleme hat als Gewinn da drin aber ich fand den Bahamas Artikel nun auch tatsächlich eher Ressentiment geladen denn in eine vernünftige Auseinandersetzung und fand das ein bisschen albern dass der gute Herr Elser dann die gleichen Stellen zitiert hatte die ich schon vorher zitiert hatte aber als seine Erfindung ausgibt egal und man kann schon wirklich noch mal was es gibt so ein Hand von Antideutschen jetzt den Katholizismus toll zu finden was ich ja auch ein bisschen sweet manchmal finde aber gleichzeitig schon manchmal auch einfach nur sehr sehr befremdlich und in dem Artikel ich finde es tatsächlich ich verstehe nicht wie man über Nationalsozialismus und Vatikan schreiben kann und weder das Ustascher Regime noch die Rattenlinie nach 1945 erwähnen kann und so und ich würde Katholizismus immer gut finden weil die wenigstens noch so richtig an ihrem Irrationalismus festhalten und das wenigstens ernst nehmen und da gibt es noch Exorzisten aber so aber wenn es wirklich darum geht jetzt dass das nein 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 man kann das nicht wirklich ernsthaft rechtfertigen als eine coole Sache also insofern ja ich würde auch immer sagen mir hat mir hat das schon Spaß gemacht in Teilen zu lesen aber es gibt eben auch sehr ärgerliche Sachen und auf eine bestimmte Art ist das ist der Dawkins eben auch extrem wirkmächtig gerade in dem in dem falschen was er schreibt so also ist das durchaus mehr auf näher auf einer bestimmten Linie kapitalistischer Entwicklung also genau in dieser Entwürdigungstendenz des Menschen also Reduzierung auf Naturmaterial als es irgendeine katholische Vorstellung von Trinitätslehren und Unio Mystica oder so was heute je sein könnten das was to do now all the friends we loved are dead we'll always be of you But it won't be the same again Losing touch with friends from home 21, 22 These last few months I've been meaning to fall 22, 23 But every time I do It seems like I've got less to say to you I only go home twice a year 23, 24 Cause when I do it feels so weird 24, 25 Nothing's quite the same Except the butt fast bottles and the rain What do we do now? Now we're ten years old In advance we loved our dad In advance we loved our dad I'll always think of you Whenever I smell cider But it won't be the same again We reminisce about days long gone 31, 32 We kicked about with Capitrax suits on 32, 33 But both our lives have changed And this conversation feels so strained An awkward pause on the end of the line 33, 34 I've got to go but let's catch up sometime 34, 35 The time goes by so fast And we can't keep living in the past What do we do now? Now we're ten years old In advance we loved our dad In advance we loved our dad I'll always think of you Whenever I smell cider But it won't be the same Again Do you still drink down the local? In advance we loved our dad Always think of you Whenever I smell cider But it won't be the same It won't be the same Again Do you still drink down the local? Is the local still the local? Do you still see Machikoya? Now she's moved in with her girlfriend You still drink down the local? Is the local still the local? Do you still see Machikoya? Now she's moved in with her girlfriend Is the local still the local? And what do we do now? All the fans we loved are dead